Wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 10.299, Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern, Ausrufezeichen. Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Lamla für die Piratenfraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier oben auf der Tribüne und zu Hause. Teils kritisch, teils gespannt schauten wir alle, als die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Januar in diesem Jahr in ihrer Regierungserklärung zum digitalen Wandel vollmundig erklärte, man wolle eine flächendeckende Internetversorgung mit mindestens 50 Megabit in NRW bis 2018 vorantreiben. Ein lohnenswertes Ziel, ambitioniert und nicht gerade billig, haben sich wohl die meisten gedacht. Zwar war bekannt, dass NRW mit größeren Steuereinnahmen oder Einnahmen durch die Frequenzversteigerung rechnen kann, allerdings ahnten schon damals einige, dass dies nicht für einen Glasfaserausbau reichen wird, weder vorne noch hinten. Wie sollte die rot-grüne Landesregierung also nun ihr Versprechen realisieren? Nun ja, mit großer Wahrscheinlichkeit wusste die NRW-Landesregierung schon im Januar, dass die Deutsche Telekom schon einen Monat später, also im Februar, einen Antrag bei der Bundesnetzagentur stellen wird, der der Telekom das alleinige Recht zur Verwendung der Vektoring-Technologien in Teilen der Netze zusichern soll. Vektoring, meine Damen und Herren, ist eine Weiterentwicklung der DSL-Technologien und ermöglicht es, den letzten Restgeschwindigkeit aus diesen alten Telefon-Kupferkabeln herauszukitzeln. Problem dabei, Vektoring kann nur jeweils von einem Anbieter durchgeführt werden. Setzt nun die Telekom an irgendeinem Ort an ihrem Verteiler Vektoring ein, so werden automatisch alle anderen Anbieter ausgeschlossen. Vektoring gilt zudem schon jetzt als antiquiert, 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 veraltet. So, ja. Schöne deutsche Sprache. Und, ja, es ist Technik von gestern, liegt in den letzten Atemzügen und röchelt so vor sich hin. Ein Wettbewerb im Sinne der Kunden ist nicht mehr möglich. Die Telekom wird zum alleinigen Marktbeherrscher und somit wieder zum Monopolisten. Und dieser Vorgang wird nicht nur von der Politik geduldet, nein, er wird offensichtlich sogar noch gefördert. Und das war es vermutlich, was Hannelore Kraft im Januar so sicher erscheinen ließ, das selbstgestreckte Ziel zu erreichen, um den Angriffen der Opposition damit zu entgehen. In spätestens aber fünf Jahren wird Vektoring am Ende der Entwicklung stehen und den Breitbandausbau behindern, statt ihn zu fördern. Man wird sich dann in der Politik die Hände vors Gesicht schlagen. Man wird sich furchtbar darüber ärgern, dass man auf die Lokversprechen der Telekom reingefallen ist und sich hat so einen Schrott andrehen lassen. Und glauben Sie mir, dann wird die Opposition erst recht auf Sie einprügeln. Meine Damen und Herren, wenn wir unser Land wirklich zukunftsfähig machen wollen, dann müssen wir einsehen, dass alte Kupferkabel zwar gut für die Telekom, aber schlecht für den Breitbandausbau sind. Die Zukunft heißt Glasfaser. Und während bei Vektoring, bei besten Laborbedingungen, bei 100 Megabit Schluss ist, fängt es bei Lichtwellenleitern, sprich Glasfaser, erst so richtig an. So eine Glasfaser ist in der Lage dazu, das tausendfach und mehr an Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Nicht Mega, nicht Giga, sondern Terabit pro Sekunde sind jetzt schon Stand der Technik. Und noch einen weiteren Vorteil haben Lichtwellenleiter. Die gesamte Internetinfrastruktur auf deutschem Boden, also das Internet quasi bis zum Hausanschluss, ohne Endgeräte und ohne Ihrem Modem zu Hause, verbraucht ungefähr so viel Energie wie der gesamte Flugverkehr in Deutschland. Tendenz exponentiell steigend. Besonders wenn wir in Richtung Internet der Dinge gehen und schauen, was dann passiert, nämlich dass viele Alltagsgegenstände in Zukunft eigene IPv6-Adressen bekommen werden und sogleich auch Daten erzeugen, die durch die Gegend geroutet werden müssen, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Energieverbrauch in Zukunft weiter steigen wird. Und die Übertragung von Daten über Kupferkabel verbraucht im Vergleich zu Lichtwellenleitern unglaublich viel Energie. Schon jetzt Forschung entwickeln die IT-Netzwerkunternehmen mit Hochdruck an Techniken, die den Energieverbrauch senken, um den Energiehunger des Internets zu mildern. Lichtwellenleiter verbinden nicht nur Geräte, sondern finden immer mehr Einzug in die Geräte selbst. Und was macht man bei uns in Deutschland, was macht man bei uns in NRW? Man setzt auf alte Kupfertechniken und verheizt damit unnötig Energie. Und eigentlich hätte ich an dieser Stelle von den Grünen einen Aufschrei erwartet, aber naja, gut, die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Meine Damen und Herren, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, sondern es gibt keinen Grund, dem rosa Riesen weiter in den Allerwertesten zu kriechen, um einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen. NRW braucht eine Strategie zum Glasfaserausbau, denn nur Glasfaser schützt uns davor, in Zukunft nicht abgehängt zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lamla. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Vogt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, den weiteren Ausbau von schnellen Internetzugängen diskutieren wir hier fast jeden Monat. Zweifellos ist die Frage, wie Gewerbegebiete und private Anschlüsse, insbesondere im ländlichen Raum, noch besser versorgt werden können, ein Thema, das wichtig ist. Wichtig für NRW und auch wichtig für diese Landesregierung. Obwohl Nordrhein-Westfalen Breitbandland Nummer eins ist, also von allen Flächenländern in Deutschland die beste Ausbauquote hat, obwohl NRW damit vor Bayern liegt, packt die Landesregierung kräftig an. Das Investitionsprogramm von 500 Millionen Euro, das durch Wirtschaftsminister Garel Dün auf den Weg gebracht wurde, haben wir hier bei den letzten Plenartagen ja ausgiebig diskutiert. In dieser Diskussion wurde klar, dass natürlich auch Glasfaserprojekte gefördert werden können, insbesondere bei der Anbindung von Gewerbegebieten. Da stehen mindestens 50 Millionen Euro zur Verfügung und im ländlichen Raum. Dort stehen mindestens 65 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Fragestellung bei allen Ausbauprogrammen und Initiativen ist, welche Technologien eingesetzt werden. Der Antrag hier geht dabei auf Glasfaser und das sogenannte Vectoring ein, was auf bisherigen Kupferleitungen beruht. Unter welchen Bedingungen Vectoring genutzt werden kann, beschäftigt die Bundesnetzagentur. Diese hat im November einen Regulierungsentwurf vorgelegt, der derzeit diskutiert wird. Darin wird festgelegt, dass sowohl die Telekom als auch Wettbewerber, wenn sich diese bereits in einem bestimmten Gebiet stärker engagiert haben, einen exklusiven Vectoring-Ausbau betreiben können. Hierbei geht es um die Fragestellung, wer den Zugriff auf die sogenannte letzte Meile des Anschlusses bekommt. Die Bundesnetzagentur schlägt weiterhin vor, wie die unterlegenen Wettbewerber, die gegebenenfalls keinen Zugang mehr zu einem entbündelten Zugang mehr erhalten, finanziell entschädigt werden können. Die angesprochenen Punkte einer möglichen Monopolisierung, aber auch, dass der ländliche Raum nur wenig von Vectoring-Modellen profitieren kann, muss betrachtet werden. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat weiterhin das Ziel, das auch beim runden Tisch Breitband besprochen wurde, 50 Mbit flächendeckende Versorgung bis 2018 und langfristig eine glasfaserbasierte Infrastruktur. Wie sich die Vorschläge der Bundesnetzagentur mit den Zielen der Landesregierung zusammenbringen lassen, muss nun geprüft werden. Wir werden die Inhalte des Antrags im Wirtschaftsausschuss weiter diskutieren und stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Vogt. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Schick. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, flächendeckend 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 hat die Politik versprochen und dieses Versprechen war richtig. Es gibt noch zu viele Bereiche, auch in Nordrhein-Westfalen, mit viel geringeren Wandbreiten, die das Herunterladen von Daten zu einer nervenden Geduldsprobe machen. Während es in größeren Städten in der Regel klappt, sieht die Realität in viel weniger dicht besiedelten Bereichen von Nordrhein-Westfalen anders aus. Natürlich könnten wir hier schon weiter sein. Ich habe die Versäumnisse und das zögerliche Verhalten der Landesregierung schon mehrfach kritisiert. Ich werde nur zum Schluss noch einmal eine Bemerkung in dieser Richtung machen. Wer kurzfristig flächendeckend in Nordrhein-Westfalen schnelle Anschlüsse möchte, der muss Kompromisse eingehen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Im Zuge der Vorstellung der MIKO-Studie zum flächendeckenden Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen ist ganz klar gesagt worden, dass wir mindestens sieben bis acht Jahre brauchen, um ein flächendeckendes Glasfasernetz zu bekommen. Und dieser Zeitraum ist nur dann erreichbar, wurde ganz klar gesagt, wenn morgen am Tag mit der Arbeit begonnen wird, die bestehende Infrastruktur genutzt wird und nur 95 Prozent der Haushalte angeschlossen werden. Einfacher ausgedrückt heißt das wohl, es wird länger dauern, bis das flächendeckende Glasfasernetz da ist. Aus diesem Grund müssen Zwischenlösungen diskutiert werden, auch wenn wir natürlich ein Glasfasernetz hinein in jede Wohnung lieber wären. Vectoring ist für mich eine derartige Zwischenlösung, die durchaus in verschiedenen Gebieten Sinn machen kann. Denn Vectoring ist in jedem Fall besser als keine Lösung oder nur eine sehr, sehr ferne Lösung. Durch Vectoring im HVT-Bereich, also im Bereich der Hauptverteiler, können deutschlandweit circa sechs Millionen Haushalte zusätzlich an schnelle Internet angeschlossen werden, zügig und ohne Förderung. Natürlich verfügen durch Vectoring ertüchtigte Kupfernetze nicht die Kapazität von Glasfasernetzen. Und natürlich sind die 100 Mbit pro Sekunde, die heute technisch maximal möglich sind, keine langfristige Lösung. Für private Anwender dürfte das für einen begrenzten Zeitraum ausreichen, für gewerbliche Anwender dagegen nicht. Auf der anderen Seite verkennen wir jedoch die großen wettbewerblichen Nachteile einer Genehmigung von Vectoring im HVT-Bereich nicht. Die Genehmigung darf nicht zu einer Re-Monopolisierung führen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist die Genehmigung nicht ganz unproblematisch. Gerade im HVT-Bereich, also im Bereich der Hauptverteiler, ist der von uns allen gewünschte Glasfaserausbau bis ans Gebäude bzw. bis in die Wohnung aufgrund der räumlichen Nähe der Haushalte zumeist recht kostengünstig zu erreichen. Die Genehmigung von Vectoring in diesem Bereich darf nicht dazu führen, dass der Glasfaserausbau bis ans Gebäude bzw. in die Wohnung Herr Reich hinein ausgerechnet hier in diesem Bereich ausgebremst wird. Wir erwarten daher im laufenden Konsultationsverfahren noch Nachbesserungen am Entwurf der Bundesnetzagentur. Erste Verbesserungen hat es gegeben. Wettbewerber müssen regulierte Vorleistungsprodukte von der Telekom oder anderen, die dort aktiv sind, angeboten bekommen, damit sie im Markt bleiben können. Diesen Punkt hat immerhin die Bundesnetzagentur aufgenommen. In einem Punkt haben die Piraten zweifellos recht, wenn sie nach einer Konzeption flöhe ein flächendeckendes Glasfasernetz fordern, nämlich, dass die Landesregierung endlich unterstützen und handeln muss. Anstatt die Städte und Gemeinden mit Veranstaltungen zu unterstützen, herrscht gehende Leere im Veranstaltungskalender von Breitband NRW. Dabei ist aufgrund der umfangreichen Förderung des Bundes gute Beratung für unsere Kommunen wichtiger denn je. Und ich habe die Zahlen in der letzten Plenardebatte genannt. Im Augenblick, zu dem Zeitpunkt liefen in Nordrhein-Westfalen gerade einmal 17 Markterkundungs- und Marktauswahlverfahren. In Bayern waren es rund 1.000. Also, hier ist dringender Bedarf an Beratung, an Konzeption und an Unterstützung. Aber hier liefert die Landesregierung nicht. Wir werden das Thema im Ausschuss noch einmal diskutieren. Aber ich vermute, auch da werden wir wieder vergeblich warten. Danke. Vielen Dank, Herr Schick. Und für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute nicht das erste Mal über die Frage Glasfaser oder Kupfer. Und Kollege Lamler, auch wenn Sie da eben meinten, dass Sie eine ganz einfache, eine ganz klare Antwort auf so ziemlich alle Fragen des Lebens des Universums und den ganzen Rest haben, muss man, ja, das ist 42, da brauchen Sie aber jetzt noch einen Rechner, um das nachzurechnen, warum das so ist. So geht die Geschichte ja irgendwie weiter. Man kann auf diese Frage, und ich hoffe, dass Sie das auch durchaus bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, man kann diese Frage nicht ganz einfach beantworten, wie die richtige Strategie für den kurz-, den mittel-, den langfristigen Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen auszusehen hat. Diese Antwort ist komplex. Sie hat mehr als diese zwei Pole, Glasfaser und Kupfer. Wir haben eine klare Strategie, wir haben klare Ziele. Wir stehen bei den Menschen im Land im Wort, bis 2018 schnelles Internet für alle Haushalte zu ermöglichen. Das ist im Übrigen ein Ziel, das wir uns nicht erst in diesem Frühjahr vorgenommen haben, sondern das schon bei uns auch im Koalitionsvertrag steht. Wir haben daran in den letzten Jahren konsequent gearbeitet, und wir werden daran auch weiter konsequent arbeiten, denn das haben wir versprochen. Und ich erinnere auch daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Opposition dieses Ziel bis vor kurzem auch gar nicht infrage gestellt hat. Ich habe zu dieser Debatte immer gesagt, wir sollten nicht das eine Ziel, dass keine Region bei der Versorgung mit schnellem Internet zurückgelassen wird, gegen das andere Ziel, eine möglichst nachhaltige Infrastruktur aufzubauen, ausspielen. Sondern wir müssen immer schauen, wo welche Lösung sinnvoll ist. Deshalb ist es ja der richtige Ansatz, dann zu sagen, wir schauen vor Ort, wir unterstützen die Kommunen dabei, ein Ausbaukonzept genau für ihre Anforderungen zu entwickeln. Das ist auch erfolgversprechender, das haben wir nicht zuletzt beim Runden Tisch auch so diskutiert, das ist erfolgversprechender, als sich einfach mit einer großen weißen Landkarte hinzusetzen und einfach mal darauf loszuplanen. Wir stellen für den Breitbandausbau bis 2018 eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung. Nachdem der Bund nach so vielen Jahren jetzt endlich mit einem eigenen Förderprogramm um die Ecke gekommen ist, haben wir sofort gesagt, kein Projekt wird an einer fehlenden Kofinanzierung scheitern. Und wir haben auch schon lange vor der Frequenzauktion zugesagt, wir stecken unseren Anteil aus der digitalen Dividende vollständig in den Breitbandausbau. Und dabei gehen wir so vor, wie ich das gerade skizziert habe, Versorgung der Gewerbegebiete vorrangig durch Glasfaser im ländlichen Raum, bei den Haushalten auch durchaus technologieneutral an den Stellen, wo das sinnvoll ist, weil wir natürlich bei den Haushalten einen anderen Bedarf haben, da geht es vor allem um Downstream, während wir in den Gewerbegebieten dann auch stark symmetrischen Bedarf haben und diese Bedarfe dann decken müssen. Wir haben eine erhebliche Unterstützung für die Kommunen mit 9 Millionen Euro. Kommunen werden unterstützt beim administrativen Infrastrukturaufbau, zum Beispiel auch für die Anstellung von Breitbandbeauftragten, die Durchführung der Ist-Analysen und auch die Erarbeitung von NGA-Entwicklungsplänen. Das ist dann gut für die Bürgerinnen und Bürger in NRW und auch ganz besonders für die Betriebe im ländlichen Raum. Zu Ihrem Anliegen, was jetzt die Vectoring-Entscheidung der Bundesnetzagentur angeht, uns eint das Anliegen, das eint uns, glaube ich, auch alle, eine Remonopolisierung des Telekommunikationsmarktes zu verhindern. Und insofern ist die Konstruktion, das sind, glaube ich, einige von uns bereit auch einzuräumen, ist die Konstruktion hier schon etwas schwierig gewesen, wie sie gewählt wurde, dass dann eben die Bundesregierung mit ihrem bisherigen Vorgehen auch durchaus billigend in Kauf genommen hat, dass die Funktion der Bundesnetzagentur als Marktschiedsrichter ein Stück weit unter Druck geraten ist. Denn genau das passiert ja, das droht ja, wenn sie mit einem eigentlich von ihr zu regulierenden Unternehmen Verträge auf Gegenseitigkeit schließt. Also an dem Punkt sind wir uns durchaus einig, Kollege Lamler. Die Bundesregierung hat sich jetzt aber so entschieden, diesen Weg zu gehen. Und deshalb geht es jetzt an dieser Stelle zunächst mal darum, die Vectoring-Entscheidung auch genau zu bewerten. Da gibt es bislang auch nur den Entwurf für eine Entscheidung. Der Beirat der Bundesnetzagentur wertet diesen Entwurf aus. Und dann ist natürlich zum einen die Frage, reichen die Vorhaben, reichen die Vorkehrungen, die jetzt im Entwurf drinstehen, aus, um diese Zielremonopolisierung zu verhindern, dann auch zu erreichen. Und das andere, wie fügt sich dieses Konzept in unsere Ausbauziele ein? Der Beiratsvorsitzende hat ja schon angekündigt, dass er nichts übers Knie brechen wolle. Und insofern sollten auch wir diese Diskussion nicht übers Knie brechen, sondern sie im Ausschuss weiterführen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bolte. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Kollege Bombis. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Ich möchte kurz eigentlich nur drei Anmerkungen machen zu dem Antrag der Piraten, dessen Überweisung wir natürlich zustimmen werden. Die erste Anmerkung ist, dass ich mich bedanken möchte bei den Piraten dafür, dass sie dieses Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, denn sie tun das vollkommen zu Recht. Sie thematisieren diesen Verordnungsentwurf der Bundesnetzagentur vollkommen zu Recht. Die bekannt gewordenen Pläne haben das Potenzial, das muss man ganz klar so sagen, den flächendeckenden Ausbau eines Hochleistungsbreitbandnetzes auf Glasfaserbasis in Deutschland auf Jahre zurückzuwerfen. Das Stichwort Monopolisierung nennen die Piraten ebenfalls im Antrag zu Recht. Und die an der Entscheidung maßgeblich Beteiligten erklären ja auch freimütig, dass mit der Verordnung der Wettbewerb in bestimmten Bereichen ausgeschaltet werden soll. Wir sehen deswegen als FDP-Fraktion hier im Landtag diesen Entwurf und den gesamten Prozess ebenfalls mit Sorge. Und wir sind klar der Auffassung und haben eindeutig die Haltung, dass die Landesregierung im Beirat der Bundesnetzagentur in der Tat Haltung beziehen und dafür sorgen muss, dass eben kein weiterer Schaden für die ohnehin zu langsame Ausbaudynamik bei der Digitalisierung in diesem Land entsteht. Wir möchten allerdings differenzieren, und das möchte ich auch an die Adresse der Piratenfraktion sehr deutlich sagen, wir möchten allerdings differenzieren, denn der problematische Kern der Pläne von Bundesnetzagentur und Telekom ist dabei nicht die Vectoring-Technologie an sich. Das halten wir für ein Irrtum, denn in bestimmten unterversorgten Regionen, die es ja nun mal leider in Nordrhein-Westfalen immer noch gibt, kann eine Aufrüstung der vorhandenen Technologie durchaus zu einem kurzfristigen Schub bei der Breitbandversorgung beitragen. Das muss man so festhalten. Natürlich muss, und das betone ich an der Stelle deswegen noch mal ausdrücklich, das Ziel ein flächendeckendes Glasfasernetz sein. Aber besonders in vielen dünn besiedelten ländlichen Regionen ist ein solches auf die nächsten Jahre hin nicht absehbar. Dort brauchen wir schnell höhere Bandbreiten. Das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen schnell höhere Bandbreiten, um der Bevölkerung und den Betrieben gerecht zu werden. Und von daher halten wir eine pauschale Ablehnung der Vectoring-Technologie auch für falsch. Ich möchte aber drittens zumindest noch anmerken, dass das Erstaunliche und Problematische an dieser geplanten Verordnung eigentlich ja gar nicht die Vectoring-Technologie an sich ist, sondern das Erstaunliche und Problematische aus unserer Sicht ist, dass dieses Vorhaben eigentlich an der aktuellen Problemlage vorbeigeht. Unser drängendstes Problem ist, und das müssen wir einfach immer wieder feststellen, dass wir nach wie vor viele weiße Flecken in Nordrhein-Westfalen haben. Hier wird immer wieder darauf hingewiesen, wie großartig Nordrhein-Westfalen ist im Bereich des Breitbandausbaus. Und es werden dann Vergleiche mit anderen Bundesländern. Herr Bolte, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ganz entspannt bleiben. Fakt ist, auch Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Dynamik im Vergleich zu anderen Bundesländern vielleicht stimmen mag. Aber das nützt den Menschen in Steinfurt. Das nützt den Menschen in Coesfeld. Das nützt den Menschen im Kreis Gänzenkirchen in bestimmten Bereichen eben nichts, wenn Sie daran sitzen und wieder an einem Flaschenhals hängen. Und insbesondere für die Betriebe in diesen Regionen ist das ein richtiges Problem. Das ist die eigentliche Problematik, dass wir in 393 Städten und Gemeinden von 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen noch Handlungsbedarf haben. Und dass die Ausbaudynamik in diesem Land von nicht einmal zwei Prozentpunkten pro Jahr da doch eher mickrig ist. Deswegen haben wir hier die Problematik, die die Zukunftsfähigkeit, die den Wohlstand in unserem Land gefährdet. Und damit hat dieser Verordnungsentwurf wirklich überhaupt nichts zu tun. Dort geht es ja nur um den Ausbau von Infrastrukturen in den Innenstädten. Hier will die Telekom, und das muss man an der Stelle immer wieder klar und deutlich formulieren, vor Wettbewerb geschützt werden, möglichst lange von bestehender Technologie profitieren. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen. Das ist aber nicht im Sinne der Menschen. Das ist nicht im Sinne eines zügigen Glasfaserausbaus. Und das ist insbesondere nicht, auch nicht im Sinne von der Entwicklung möglicher neuer Innovationen und Technologien, die dann auch wiederum dem ländlichen Raum helfen würden. Von daher sage ich ganz klar, ich verstehe nicht, warum die Bundesnetzagentur bisher bei diesem Vorhaben mitspielt. Vielleicht erfahren wir in den Beratungen mehr. Ich freue mich auf diese. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bombis. Ah, spricht jetzt Herr Schwert, fraktionslos. Nichts für niemanden, nur für sich quasi. So, dann mal ran. So ist das. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne und am Stream. Die Bundesnetzagentur hat angekündigt, die Pläne, die die Deutsche Telekom bezüglich Vectoring vorgelegt hat, weitestgehend zu billigen. Das halte ich für einen gefährlichen Irrweg. Beim Vectoring geht es darum, aus den Kupferleitungen der letzten Meile einen kleinen Geschwindigkeitszuwachs rauszuquetschen. Dazu werden die Kupferkabel ausgehend von den rund 8000 Hauptverteilern im Land so gebündelt und so aufeinander aktiv abgestimmt, dass die physikalischen Grenzwerte gewissermaßen ausgetrickst werden und man noch mal etwa eine Verdoppelung der Geschwindigkeit in der letzten Meile erreichen kann. Das erkauft man sich allerdings mit gravierenden Nachteilen. Diese Technologie ist aktiv. Das heißt, sie muss mit Rechenleistung und ständig erhöhtem Stromverbrauch erkauft werden. Vectoring ist also teurer und ökologisch nachteilig. Der Geschwindigkeitszuwachs steht nicht allen zugleich zur Verfügung. Der vorhandene Draht wird zwar besser ausgenutzt, aber insgesamt gewissermaßen nicht dicker. Und vor allem, die Bündelung muss aus technischen Gründen in einer Hand geschehen. Und das will die Deutsche Telekom machen, womit sie wieder zum Monopolisten wird. Dann haben wir wieder eine Bundespost. Und das ist schlecht für Markt und Verbraucher. Das führt zu hohen Preisen und zum Innovationsstau. Vectoring ist ein Irrweg. Er steht dem dringend notwendigen Ausbau durch Glasfaser im Weg. Denn er bindet Kapazitäten und Finanzen auf sich. Der Marktdruck entfällt durch den Wegfall von Konkurrenz. Der Geschwindigkeitszuwachs wiederum, der ist so gering, dass die Kapazität schon bald wieder erneut an ihre Grenzen stoßen wird. Und nicht zuletzt ist Glasfaser aufgrund des erhöhten Stromverbrauchs langfristig billiger, des geringeren Stromverbrauchs langfristig geringer. Der Energieverbrauch wird sich also bezahlt machen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an den Klimaschutzplan erinnern. Wollten wir nicht neue stromsparende Technologien fördern und alte Stromfresser abspällen? Meine Damen und Herren, lassen Sie uns der Technologie der 90er Jahre nicht auch noch gutes Geld in Form von Vectoring-Förderung hinterherwerfen. Glasfaser muss in jedes Haus. Nur das ist zukunftssicher. Im Wirtschaftsausschuss hatten wir am 10. Juni eine Anhörung zum Thema Vectoring. Jörg Figura vom Verband Kommunaler Unternehmen sagte da, Vectoring im Nahbereich ist absolut schädlich für den Zieleausbau und denen ist im Grunde schon nichts hinzuzufügen. Auf jeden Fall sollten wir den Bemühungen der Telekom, auf diese Weise wieder ein Monopol über die letzte Meile zu erlangen, einen Riegel vorschieben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Nun hat das Wort die Landesregierung und es spricht der für den Breitbandausbau zuständige Minister, Herr Dün. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das hat die Debatte ja deutlich gemacht. Wir können alle die grundsätzlichen Sorgen der Piraten nachvollziehen. Aber wir sollten uns eben das, was jetzt auf dem Tisch liegt, auch genauer ansehen. Und Herr Vogt und Herr Bolt haben darauf ja schon hingewiesen. Und Herr Schick, wenn man die ersten drei und die letzten vier Sätze wegnimmt, hat er das im Grunde auch so differenziert ja betrachtet. Was ist passiert? Die Telekom hat im Februar 2015 bei der Bundesnetzagentur die Änderung der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Zugang der letzten Meile beantragt, um Vectoring-Technik auch im Nahbereich und die Hauptverteile einsetzen zu können, also im Umkreis von rund 500 Metern. Zeitgleich hat die Telekom eine Investitionszusage gegenüber der Bundesnetzagentur in Aussicht gestellt, um das Breitbandziel zu unterstützen. Das ist ja gleichlautend hier wie auch bei der Bundesregierung. Und deswegen, bis Ende 2018 will sie bundesweit alle Hauptverteiler-Nahbereiche mit der Vectoring-Technik erschlossen haben. Im Gegenzug erwartet sie dann, dass die aus ihrer Sicht erforderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und dazu gehört dann eben dieses exklusive Erschließungsrecht aller Nahbereiche mit Vectoring. Nun hat die Bundesnetzagentur am 23. November ihren Konsultationsentwurf veröffentlicht. Und da müssen wir einfach nochmal genau gucken, was sind die Inhalte dieses Entwurfs. Die Zugangsverpflichtung zur, wie das so schön heißt, entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und für die Glasfaser bleiben unverändert. Danach ist die Telekom weiterhin verpflichtet, den Wettbewerbern den Zugriff auf eben diese Teilnehmeranschlussleitung zu gewähren. Denn auch die Regelungen für den Einsatz von Vectoring außerhalb des Nahbereichs werden im Grundsatz beibehalten. Und diese Regelungen betreffen immerhin rund 85 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte. Die Erschließung dieser Anschlüsse bleibt sowohl für die Telekom als auch für die Wettbewerber möglich. Neu ist vor allem der Vorschlag der Bundesnetzagentur zur Erschließung von Vectoring im Nahbereich. Danach kann die Telekom den Wettbewerbern künftig den Zugang am Hauptverteiler verweigern, soweit sie in diesem Bereich die Anschlüsse mit der VDSL-2-Vectoring-Technologie erschließt. Das, leicht so auszurechnen, diese Regelung betrifft rund 15 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte, von denen wiederum gut ein Fünftel erstmalig Anschlüsse mit Bandbreiten von mindestens 50 MBit erhalten könnten. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass ländliche und mittelstädtische Regionen deutlich mehr von der Vectoring-Erschließung der Nahbereiche profitieren als städtische Bereiche. Und das haben, so habe ich Herrn Bolt, der habe ich Herrn Vogt und andere auch verstanden, ist ja vom Grundsatz her erst einmal als Zwischentechnologie auch zu begrüßen. Darüber hinaus hat die Telekom sich am 28. Oktober einseitig dazu verpflichtet, bundesweit alle Hauptverteiler-Nahbereiche bis Ende 2018 mit der Vectoring-Technik zu erschließen. Und die Bundesnetzagentur wiederum hat in ihrer Abwägungsentscheidung dieses berücksichtigt. Sie geht davon aus, dass die Telekom mit Blick auf andernfalls drohende Sanktionen diese Zusagen auch einhält. Als Kompensation soll den Wettbewerbern der Zugang über ein lokales und virtuelles Vorleistungsprodukt gewährt werden. Auf diese Weise können in den Nahbereichen durch die Wettbewerber auch weiter Glasfasernetze gelegt werden. Eine weitere Kompensation gibt es dann für die gestrandeten Investitionen. Also insofern gibt es dort eine ganze Reihe von Elementen, die auch einen Teil jedenfalls der Bedenken mit aufgegriffen haben. Ich begrüße daher auch die Entscheidung, dass die Wettbewerber, die sich stärker beim Ausbau in der Fläche engagiert haben als die Telekom, diese Nahbereiche selber mit der neuen Vectoring-Technik erschließen können. Auch da muss dann bis zum Mai 2016 eine verbindliche Ausbauzusage getroffen werden. Und ganz wichtig ist, dass die Telekom auch weiterhin verpflichtet bleibt, den Zugang zu ihren Kabelleerrohren und zu unbeschaltetem Glasfaser zu gewähren. Damit haben die Wettbewerber die Möglichkeit, ihre Ausbaumaßnahmen zu realisieren, ohne eigene Tiefbaumaßnahmen vornehmen zu müssen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat den Entscheidungsentwurf der Bundesnetzagentur zur Kenntnis genommen, wertet ihn weiter aus. Wir stellen fest, dass der Entwurf einerseits das Eigentumsrecht der Deutschen Telekom berücksichtigt, andererseits den Wettbewerb durch Auflagen für den Vectoring-Ausbau fördert. Alles kann dazu beitragen, das Breitbandziel der Landesregierung von 50 MBit bis 2018 zu erreichen. Wir sind der Auffassung, dass kurzfristig und technologieneutral alle verfügbaren Technologien zum Einsatz kommen sollten, um diese Ziele bis 2018 zu erreichen. Und wir werden nach Auswertung der Stellungnahmen im Konsultationsverfahren der Bundesnetzagentur und der Anhörung des Bundeskartellamts uns weiter in diese Diskussion mit einbringen, werden dann warten auf den überarbeiteten Entscheidungsentwurf. Wir freuen uns auf die weitere Debatte, die zu dieser sehr, sehr wichtigen Frage punktgenau geführt werden muss und uns nicht dazu führen sollte, immer wieder allgemeine Debatten über den Stand des Ausbaus zu führen. Hier geht es um ein konkretes Problem. Wir werden uns an der Lösung dieses Problems intensiv beteiligen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Wir sind am Ende der Aussprache und kommen zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 10 299 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand, Handwerk, federführend, sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Abschließende Abstimmung im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wie gewohnt. Wer stimmt der Überweisung zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Beides nicht der Fall. Damit ist einstimmig zu überwiesen und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 6 an.